Ich glaube, der Wächter will kündigen. Was ist ein Gewerkschaft? Das frage ich mich allerdings auch. Wo... Wie kommt der an die Lautsprechanlage jetzt bitte? Hä? Ich sollte auf Grandpa hörten. Die Welt ist wirklich voll von Evels außerhalb der Farm. Jeder... Jeder liebt und benutzt Menschen. Und... Und... Und vielleicht wird Reynard auch einfach benutzt. Lautsprechanlage, um hier eine Durchsage zu machen. Ich bin... Da ist er wieder. Ich glaube nicht, dass er nur helfen will. Ich bin... 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 Wir werden zurück in die Aufgabe. Wir werden? Ja, ja, natürlich. Aber was war das? Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Mhm. Okay. Achso. Der wartet da einfach. Hinter dem Gitter. Was ist mit Betten passiert? Okay, ich wollte mich eh mal umschauen. Was ist hier so alles? Ja. Okay. Was haben wir denn hier alles? Schauen wir uns nochmal um. Eine Matratze. Eine Matratze. Eine Feder. Okay, mit der Matratze können wir sicherlich, äh, mit der Feder können wir bestimmt gleich an dem Schloss rumpulen. Was gibt's denn hier in der Ekeltoilette? Nein. Ja, ich glaube auch, das wurde schon lange nicht mehr gereinigt. Der, der ist doch weg, der Wächter. Der ist doch weg, der Wächter. Habe ich hier noch irgendwas? Guck mal hier. Wieso habe ich das... Wo ist die Schere? Lockt. Fackel. Da ist auch noch eine Fackel. Okay, wir versuchen mal eine Fackel uns zu nehmen. Wir... Hm. 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 Okay, dann wird es ja wohl die Sprungfeder sein. Oh, ja. Vielleicht könnte ich den Schloss auf der Tür holen. Hm. Nein. Das ist keine schlechte Idee. Die Feder hat nicht die richtige Form für das Schloss, dann... Wow. Ich habe keine Idee, was ein Lockpick aussieht. Aber das könnte den Trick machen. Lockpicken kann nicht so schwer sein, oder? Okay. Habe ich so mit der Telekinese ein wenig verbogen, die Feder, und dann gucken wir nochmal. Oh, ja. Vielleicht könnte ich den Lock auf der Tür holen. Aha! Freiheit! Von... meiner Zelle. Gut, dann war er jetzt... Oh. Well, da geht's. So viel für maximale Sicherheit. Zum Glück mal wieder ein wenig... Ein bisschen weniger kompliziert. Ähm. Was ist mit der Nachbarzelle? Hey! Du! Wo denkst du, du gehst, hm? Wie hast du sogar rausgekommen? Äh... Well... Ha! Glückwunsch ich! Sie wussten, ich bin in der Zelle. Also... Guess I'll be on my way out of here now. Ah... Whatever. Garden, you ain't my problem. Okay. Ähm... Wer ist jetzt hier in der Nachbarzelle? Im Galgen? Bah... Zu den Kerker-Toren? Also ehrlich gesagt... Zu Annas Zelle. Ich würde ja gerne jetzt irgendein... Bah! Kommt denn da der Rotz raus? Iiiiih! Ich speicher mal kurz... Bevor ich hier irgendwie... Speicher... Ähm... Hallo? Speicher? So... Ich würde gerne... Hier in die Nachbarzelle. Okay, wie krieg ich denn... Ein kranker Troll? Das... Das müssen wir noch ausnutzen. Kann ich vielleicht die Person in dieser Zelle besuchen? Die Person in dieser Zelle... Ha! Mmh... None! So... Not even to say hello quick? No! Scram! Yikes! Okay! Du bist ganz schön erk... Du bist ganz schön erkältet. Oh, das sind ja sehr nette Bedingungen hier. Was benutzt du da? Okay. Hast du einen Gefangenen gesehen, der wie ein Werner aussieht? Okay. Mehr haben wir ja nicht. Okay, Wasserspender. Okay, ich brauche einen Becher. Was habe ich denn da jetzt noch bei? Nichts außer das Bild. Wir können mal gucken hier. Okay, wir können mal hier. Ja, was machen wir? Das soll sie mir nicht wehtun. Wehtun. Niemand möchte sie wehtun. Weißt du, aber der Ratte so ein angemaltes Stück Schimmel geben. Ist ja auch nicht gerade gesund. Kann ich die denn so? Etwas gefährlich. Okay, Wassermelone. Vielleicht nicht hier. Was? Ja, nimm mal eine mit. So. Pepperoni. Vielleicht kann ich dir mal einen guten Trink credenzen. Okay. Melons, lecker! Perfekt für ein muggig, heißes Ort wie dieses. Ja. Was ist denn, wenn ich dem einen Drink serviere? Hey, das ist nicht dein. Oh, äh, sorry. Ist es okay, wenn ich es nur ein bisschen für ein paar Zeit benutze? Eigentlich, ja. Du kannst es nur benutzen. All den Weg zur Utilität. Dann gib es ihnen, um es für mich zu fixen. Äh, sicher. Wo kann ich da die... Hallo, 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 hallo. Die Peperoni in der Mix. Was? Ich geb eine Wassermelone. Ich dachte, ich könnte die mischen. Aber... Der Guard sieht, dass er ziemlich viel essen hat. Also, die Chancen sind, dass er mit ihnen verwendet ist. Ich glaube nicht, dass er mir über ihn helfen wird. Nein, ich werde etwas mehr brauchen. Hm. Was effizienteres. Kann ich denn den Mixer nehmen und da Wasser rein kippen? Nein. Ich möchte das für Blending-Thing. Okay. Wir können hier scheinbar... Kann ich den denn... Mit meinem Hirn... Besser nicht. Auch nicht die richtige Art. Nein, bringt auch nichts. Okay. Gut, dann haben wir die Möglichkeiten ausgeschöpft. Dann gehen wir mal zum... Zu den Kerkerturn, zum Galgen. Ich würde ja gerne jetzt hier zu den... Bah, ey. Hör auf. Ist ja ekelhaft. Wir gehen mal zum Galgen. Ähm. Dann gehen wir zum Kerkerturn. Ähm. Dann gehen wir zum Kerkerturn. Wo zum Hanker sind wir hier? Ich dachte wir wären im Gefängnis. Was ist das? Ja. Hi. Hi. Ähm. Ich frage mich... Ich frage mich... Ich frage mich tatsächlich... Ich frage mich jetzt? Oh. Ist das so? Ich frage mich, dass du Form 38B hast. Indizierungen für deine Akkertur. Along mit Konfirmation von Head Office. Ja? Noch mal? Oh Gott. Cretins? So plead your innocence all you like. No one ever walks through this gate here without the express written consent of the Head Office. Now. Is there anything else I can help you with? Ähm. Der Verwaltungstroll. Wo ist das Direktorat? Okay. So. If I need the consent of the Head Office, then... Where is the Head Office? It's at the northernmost part of the dungeon. Past the... Wait. You don't intend to go there yourself, do you? Of course I do. If that's what it takes for me to have a chance of getting out of here. This isn't any old dungeon. This is THE Dungeon. And the Devil. He is the Head Office. THE Devil. And he isn't particularly fond of unannounced visitors. Oh. Yeah. Grandpa said I was a little devil when I did something bad. So. Similar thing? When you did something bad. Right. Sure. It's just like that. Was? Wir sind hier im Kerker des Teufels? Wir sind hier im Kerker des Teufels? Das ist ja ein harter Tobak. Die Hexel und die Königin? Aber ich weiß immer noch nicht, sind das jetzt die gleichen? Ja. Bandeln hier mit dem Teufel an? Warte. The man in the cell next to me. What if I want to bring someone with me? Yes. Well. That would be Form 31M. An acquittal form based on cases following relative detainment. Oh. Good. Okay. Could I please have a copy of Form 31M? Ähm. No. That one's still pending approval from the devil. Na toll. Hast du einen Gefangenen gesehen, der wieder ein Bär aussieht, wie ein Bär aussieht? Oh man. Das sind die Langzeitgefangenen da oben? Eieieieiei. Ach, ich lass dich mal weiterarbeiten. Okay, was haben wir denn hier alles? Was? Käfige? Statue? Aktenschrank. Können wir dem vielleicht sein Papierkram ein wenig durcheinander bringen? Ja, ist doch schön. Okay, okay. Okay. I can't tell if this represents the amount of prisoners in here. Or the amount of absurd paperwork this guy has conjured up. Wohl er letzter, was? Hmm. No. I don't believe I need any of those forms. Der Typ, ey. Okay, was haben wir denn hier oben? Pass mal auf. Finances. Riddles. Bills. Wait. Riddles? Why is there a riddle category? Was? Hi. Back again. Ja. Ach so, das kann man ja nicht fragen, warum es in der Rätsel-Kategorie gibt. Aber vielleicht können wir denen so ein paar Aktenschränke auf den Kopf fallen lassen. Es ist zu weit weg. Ich kann mich nicht erreichen. Es reicht ja. Ja. Mich interessiert... Mich interessieren die Rätsel. Okay. Tittenfass. Nichts? Ich kann nichts machen? Das gibt's doch nicht. Also nichts. Hier. Verschlossen. Ich brauche... Ich brauche also... Ich brauche also... Meine Güte. Ich brauche also die Einverschändigung des Teufels. Äh... Ja. Vermutlich doch. Äh... Ich bin nicht sicher über das. Es sieht aus, wie es die Wälder hält. Und... Well... Ich mag die Wälder, wo es ist. Ich kann wieder nur zurückgehen? Das gibt's doch nicht. Kann ich denn hier... Okay. Das kann ich also auch nicht machen. Was ist denn hier? Okay. Kann ich so... Das sind auch Bären? Mann, ich kann hier gar nichts machen. Was soll das denn? Irgendwie... Äh... Schmeiß ich den doch gleich in der Melone an. Äh... Falsch. Ich geh mal zurück in den Flur. Ich weiß... Ich bin jetzt nicht sicher. Kann ich jetzt zum Galgen? Ach, jetzt geht es. Was ist denn das da? Äh... Der kleine Troll sitzt da und freut sich. Was passiert hier? Genau. Oh... Ich bin... Äh... Das kann ich ja jetzt wohl nicht... Zulassen. Was... Was... Hilfe? Ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Zum... Zur Abstellkammer. Zu den Käfigen. Ähm... Das ist mir jetzt einfach nur so spontan eingefallen. Ich weiß zwar nicht warum, aber... Oh... 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 Ach... Ja... Ich muss... Ich überlege gerade was man hier... Oh... Hier kann ich alles aufheben. Ay caramba! Okay... Ja... Okay... Es ist mir jetzt... Ähm... Ich guck mir das das nächste Mal an. Ich muss jetzt erstmal eine Aufnahmepause machen. Alles klar. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder. Ähm... Nach dem Cut oder in der nächsten Folge. Je nachdem wie ich schneide. Also bis dahin. Danke fürs Zusehen. Äh... Fürs Zusehen. Siehste... Ich hab schon Sprachschwierigkeiten. Es ist schon zu spät. Also... Bis denn. Gehabt euch wohl. Tschüss!